Hallo zusammen, willkommen zu den allwöchentlichen, immer zu spät kommenden Webseiten-Video. Wer es nicht kennt, ich habe ja eine Website texturio.com, das ist auch eine Minecraft-Seite. Guckt es euch ruhig mal an, da kommt jede Woche quasi ein kleines Update-Video, was wir in der Woche gemacht haben. Wir nehmen immer euer Feedback auf und klar, wir können es nicht so schnell umsetzen, weil wir dahinter sitzen zwar ein paar Leute, aber nicht so viele, damit wir alle Informationen, die ihr uns schickt, direkt verarbeiten und in die Seite mit reinbringen können. Deswegen benutzt weiterhin das Kontaktformular, wenn ihr wollt, wenn ihr Tipps, Ideen habt, immer her damit. Und diese Woche sind wir da ein paar neue Features hinzugekommen und die zeige ich euch mal jetzt. Dem geschulten Auge ist es bestimmt schon aufgefallen, hier oben sind zwei neue Reiter drin. Und zwar wurde Let's Player, was übrigens auch dasselbe Symbol war wie bei Spieler jetzt, zu Projekte und Spieler. Es wurde auch mal Zeit, dass das getrennt wurde und wie es bei Projekten aussieht. Bei den Projekten sind jetzt alle relevanten Projekte drin. Einmal Minecraft Mark ist ja relativ neu, was heißt relativ neu, von Dehner und Revi ins Leben gerufen. Läuft jetzt glaube ich auch schon zwei oder drei Wochen hier, wenn er da drauf geht. Habt ihr zum einen eine Anzeige, wer da alles mitmacht, dann nochmal welches Modpack gespielt wird, direkt mit Verlinkung und natürlich die Regeln, die dort herrschen. Falls irgendwas fehlen sollte, benutzt das Kontaktformular. Ganz neu ist jetzt die Spieleabteilung, da kommen natürlich noch irgendwann Filter drüber, dass man irgendwie filtern kann nach Abonnenten von die wenigsten bis zu den meisten, von, keine Ahnung, Gesamtviews, von Videoanzahl, dass man halt immer so ein bisschen rumspielen kann. Projekte, die hier angezeigt werden, sind zum Beispiel Projekte, die auf Texturio verlinkt sind. Also Quantum Pro hat zum Beispiel bei einem Projekt mitgemacht, Holly hat bei drei Projekten mitgemacht, ich glaube, Varro, Varro 2 glaube ich, und Leben, deswegen hat er da drei Projekte stehen. Und immer wenn man drüber geht, dann kommt das Kanalbild auch nach vorne. Sieht bei Papa Platte natürlich besonders schön aus. Der rote Button hier oben, das heißt, derjenige streamt auch gerade. Und wenn man dann da drauf klickt, würde man auch direkt den Stream sehen und dann kann man auf Twitch wechseln. Und ich zeige euch mal ganz kurz, die Profilseite ist natürlich auch noch nicht fertig, aber wir haben jetzt Redakteure, das heißt, da passiert mal irgendwann was. Wir hatten ja ganz viele Bewerbungen gekriegt und die haben wir dann quasi alle untersucht und einmal durchgeguckt und da haben wir jetzt ein paar rausgefiltert und mal sehen, was die schreiben. Da kommt dann natürlich ein Steckbrief rein, Infotext und hier drunter sind natürlich immer alle relevanten Projekte, die über Texturio liefen, wo ich dann halt mitgemacht habe. Der Serverbereich ist alt, aber hier soll quasi jedes Spiel eine Anleitung bekommen. Dauert zwar ein paar Tage oder ein paar Wochen wahrscheinlich, weil es gibt wirklich viele Spiele, aber wenn ihr Guides habt, keine Ahnung, wie spielt man Endergames, wie spielt man Bad Wars, dann schickt die ganz gerne her, weil zum einen würde ich soweit gerne mal lesen, damit ich besser werde und zum anderen wird es wahrscheinlich auch die Spielequalität erhöhen, wenn es hier Guides gibt und Leute lesen das und wissen auch, wie die Spiele vernünftig gespielt werden, damit manche Leute mal richtige Gegner haben. Also keine Ahnung, wenn ihr Guides habt, Guides kennt, wo man die findet, ruhig her damit. Die allseits beliebte Fanart-Sektion hat auch wieder ein paar Neuerungen bekommen. Das hier fand ich sehr geil aus der Minecraft-Leben-RPG-Folge 2. Wer sie nicht kennt, guckt in der Videobeschreibung, dann sollte man diese Anspielung auf jeden Fall auch verstehen. Des Weiteren wurde der Facebook-Gewinner ausgelost von dem Facebook-Minecraft-Gewinnspiel, das war Johannes Mayer. Der kriegt natürlich auch noch seinen Minecraft-Key zugeschickt und bei Twitter genau dasselbe, da haben wir auch ausgelost und da hat die Person schon den Minecraft-Account. Wenn ihr jetzt sagt, den Seiten müsst ihr auch folgen, alles in der Videobeschreibung und dann würde ich fast schon sagen, wir sehen uns dann nächste Woche Dienstag wieder, wenn ich wieder neue Features präsentieren kann oder auch nicht. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video von der Website. Tschüss!